Herzlich willkommen zum Diabetes Update 2021. Was ich Ihnen zeigen werde in den nächsten Minuten, sind einige aktuelle interessante Daten aus diesem Feld. Es ist ein Mitschnitt eines Vortrags, den ich vor kurzem gehalten habe. Letztlich geht es in dem Vortrag darum, wo wir aktuell stehen mit medikamentöser Therapie bei Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2. In den aktuellen Leitlinien wird besonders auf die Bedeutung der sogenannten GLP-1-Rezepte-Agonisten und SGLT2-Inhibitoren hingewiesen. Und deswegen zeige ich Ihnen einige aktuelle Daten zu diesen beiden Medikamentenklassen. Und jetzt hören wir rein in meinen Vortrag. Es ist sehr wohlwollend aufgenommen worden, das kann ich verstehen, weil es natürlich eine der wenigen Studien ist, die gezeigt hat, dass der primäre Endpunkt reduziert wurde. Das zeige ich Ihnen gleich. Was waren das für Patienten? Das waren Patienten mit einem NT-ProBNP von knapp 1.000 und einer mittleren Ejektionsfraktion von 54-55%. Also Patienten, wie wir sie definitiv sehen. Und was gezeigt wurde, ist, dass der primäre kombinierte Endpunkt reduziert wurde. Sie sehen das hier oben rechts. Dass dieser aber getrieben wurde, wie man so schön sagt, durch eine deutliche Reduktion der Herzenssuffizienz-Hospitalisierung. Dass aber der kardiovaskuläre Tod nicht reduziert wurde. Und wenn Sie nach unten schauen, so ein bisschen in die Subgruppenanalyse, da ist etwas, was wir in vielen anderen Studien im SGLT-2-Rezeptor-Antogenisten-Bereich sehen, dass dieser günstige Effekt sowohl für Diabetiker als auch für Nicht-Diabetiker gefunden wurde. Und ganz unten die Aufteilung in die verschiedenen Ejektionsfraktionsklassen, wenn Sie so wollen. Der größte Effekt wurde bei kleiner 50 gesehen, also wenn man jetzt ehrlich ist, diese Median-Range-Ejection-Fraktion. Aber bei den Patienten, die wir traditionell vielleicht als HF-Pef-Patienten ansprechen würden, wurde nur ein sehr geringer Effekt gezeigt. Das heißt also, wir haben hier eine Option, eine gute neue Option zur Reduktion der Hospitalisierung, aber im Moment noch nicht mehr. Wir werden Daten aus der Deliver-Studie sehen mit Dapaglifluzin Anfang des nächsten Jahres, auch für HF-Pef-Patienten. Und dann, glaube ich, werden wir hier klarer sehen, wie wir diese Patienten optimal weiter behandeln. Ein wichtiger Punkt ist der Zusammenhang von Niere und SGLT-2-Inhibition. Dazu gibt es eine, wie ich finde, absolut faszinierende Studie. Der Hintergrund, sich mit Diabetes und Nierenfunktionsstörungen zu beschäftigen, zeigen viele epidemiologische Studien. Ich habe Ihnen hier nur mal eine mitgebracht aus der ADVANCE-Studie. Wenn wir über Nierenfunktionsstörungen sprechen, sprechen wir immer über Einschränkungen der GFR. Und vielleicht hört hier bei vielen, schließt mich ein, Kardiologen die Definition der Nierenschwäche und der Nierenfunktionsstörungen bereits auf. Das ist aber falsch, weil wir wissen, dass die Existenz einer Proteinorie, einer Mikro- oder einer Makroalbuminorie, die Prognose erheblich beeinflusst. Das ist hier gezeigt worden in einer solchen Matrix-Analyse, was Sie sehen können, je schlechter die GFR und je höher die Eiweißausscheidung, desto schlechter die Prognose für die Niere, aber auch umso schlechter die Prognose für kardiovaskuläre Ereignisse und Tod. Das heißt, wir könnten dieses Kollektiv mal angehen und untersuchen und schauen, was SGLT-2-Inhibition bei diesen Patienten macht. Und das ist tatsächlich getan worden in der sogenannten DAPA-CKD-Studie. 4.000-Patienten-Studie wurde frühzeitig abgebrochen wegen des günstigen Ergebnisses, zweieinhalb Jahre nachbeobachtet. Und das ist etwas, was man immer mitdenken muss. Es ist keine Studie, die nur Patienten mit einer niedrigen GFR eingeschlossen hat, sondern mit einer niedrigen GFR und einem erheblichen Eiweißnachweis im Urin. Das ist für uns vielleicht, halten wir im Hinterkopf, Kardiologen eine Herausforderung für die Zukunft. Nicht nur über GFR, sondern auch aktiv Mikroalbuminorie und Albuminorie im Urin zu suchen. Nun, diese Studien hatte verschiedene Aspekte und ich zeige Ihnen mal hier im European Heart Journal, ganz vor ganz kurzem zusammengefasst worden, bezüglich der Sterblichkeit dieser Patienten, weil es wurde gezeigt, dass wir eine signifikante Reduktion der Gesamtsterblichkeit in diesem Hochrisikokollektiv haben. Sehen Sie oben rechts, Reduktion von 3,1 auf 2,2 Ereignisse auf 100 Patientenjahre. Und wenn man das sich weiter anguckt, nach unten, dann sieht man tatsächlich, dass auch der Tod infolge einer Herzenssuffizienz signifikant reduziert wurde. Und auch interessant wird übrigens sehr, sehr breit diskutiert, die Reduktion der nicht-kardiovaskulären Todesfälle durch eine Reduktion der Sterbefälle an malignen Erkrankungen. Ob das ein statistisches Artefakt ist oder nicht, wird im Moment diskutiert. Fakt ist, Dapagliflozin in diesem Patienten-Kollektiv, und das gilt hier für Diabetiker und Nicht-Diabetiker, zeigt eine deutliche prognostische Verbesserung. Sollten wir definitiv mit auf die Palette nehmen, wenn wir solche Patienten behandeln. Und wie schnell passiert das? Auch das ist hier aus diesem European Heart Journal mal analysiert worden. Wie wir es kennen, aus den Herzenssuffizienzstudien mit SGLT2-Inhibitionen, sehr, sehr früh. Sie sehen, das geht innerhalb von vier bis sechs Wochen los, dass die Kurven sich trennen. Das gilt für Diabetiker, aber auch für Nicht-Diabetiker. Und das Zweite, was Sie sehen, und wirklich bitte mitnehmen, die Diabetiker, rote Kurve, Placebo, mit einer Niereninsuffizienz plus einer Makroalbuminorie oder Mikroalbuminorie. Sie sehen, die haben eine Wahrscheinlichkeit zu versterben von zehn Prozent, wir gucken Gesamtsterblichkeit, zehn Prozent innerhalb von zweieinhalb Jahren. Also ein wirklich krankes Kollektiv. Und ich glaube, wir sollten das übernehmen und solche Patienten definitiv identifizieren und dann hier mit Dapagliflozin behandeln. Die Indikation für Niereninsuffizienz mit einer Proteinorie wird im Laufe des nächsten Jahres definitiv kommen. Zweiter Punkt, da bleibe ich ein bisschen in dem Feld, nicht-steroidale Mineralrezeptor-Koticoid-Antagonisten, MRA. Was gibt es da Neues? Da gibt es Neues, das Finarenon noch nicht auf den Markt wird im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Ein neuartiger, selektiver, nicht-steroidaler MRA, anders als die, die wir kennen, Prototyp der Spironolacton oder vielleicht auch das Finarenon. Und dieses Medikament hat den Vorteil, dass es viele Nebenwirkungen, die wir klassischerweise vom MRA-Therapie kennen, nicht haben. Also zum Beispiel bei Männern keine Induktion von Gynäkomastin. Nun, dieses Medikament wurde eingesetzt in zwei großen Studien. Figaro-DKD bei Patienten mit Diabetes mellitus und Fidelio. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, ich sage mal salopp und ich möchte niemandem zu nahe treten, das ist für mich als Kardiologe ein Konfusogramm der Nephrologen. 18 Felder, um die Niereninsuffizienzqualitäten zu bestimmen aus Albuminorie und GFR. Nun gut, was gemacht wurde, ich gehe da nicht im Detail darauf ein, dass ein relevanter Teil dieser Patienten in der einen oder in der anderen Studie analysiert wurden. Und beides ist im New England Journal veröffentlicht worden. Die Figaro-DKD-Studie war diejenige, die kardiovaskuläre Endpunkte in den Vordergrund gestellt hat, der Analyse, während die Fidelio-DKD-Studie eine war, die die renalen Endpunkte in den Mittelpunkt gestellt hat. Relativ komplex, was rauskommt, zeige ich Ihnen auch hier wieder, wie euer Kardiologen, wieder im European Heart Journal zusammengefasst. Eben die kombinierte Analyse dieser beiden Studienkollektive, die mit Finarenon behandelt wurden, also Patienten mit Diabetes mellitus, eingeschränkter GFR und einer Proteinorie. Große Studie, Sie sehen, es sind fast 13.000 Patienten hier analysiert worden. Und was man sehen kann, ist, das schlagende Argument ist, der primäre kombinierte kardiovaskuläre Outcome wurde signifikant reduziert. Sehen Sie ganz oben von 5,0 auf 4,34 Ereignisse, aber auch hier wieder getrieben durch eine Reduktion der Herzenssuffizienz-Hospitalisierung. Nierenendpunkte wurden günstig beeinflusst, aber, Wermutstropfen hier, Gesamtsterblichkeit in diesem Hochrisikokollektiv und obwohl es auch relativ viele mit 13.000 Patienten behandelt wurden, wurde nicht signifikant reduziert. Das heißt, das ist eine Therapieoption, die wir in den nächsten, ich denke mal, 12 bis 14 Monaten in Deutschland zur Verfügung haben werden, für ein sehr spezielles Kollektiv. Und natürlich ist hier die Diskussion jetzt unter den Diabetologen, reicht es nicht, SGLT2-Inhibition allein zu geben, müssen wir kombinieren, etc. Eine Diskussion, die noch nicht ausgestanden ist, ich glaube, hier hat die SGLT2-Inhibition, insbesondere mit dem Dapagliflozin, ein bisschen die Nase vorne. Und dann möchte ich in den letzten Minuten sprechen über sogenannte duale JIP- und JLP1-Rezepte-Agonisten. Also noch eine neue Substanzklasse und Gruppe, über die wir uns kümmern müssen. Das sind die sogenannten Twin-Kretine. Das sind Medikamente, die im Rahmen der Diabetesbehandlung eingesetzt werden und die verschiedene Rezeptoren, Qualitäten als Agonisten bedienen. Das ist ein bisschen kompliziert, was wir uns merken können, dass dieses neue Medikament, das Tirzepatide, eines von vielen Medikamenten ist, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, mit einem sogenannten dualen JIP-GLP1-Rezepte-Agonisten-Mechanismus. Eingesetzt wird es, um Patienten mit Diabetes mellitus zu behandeln und in dieser Kombination dieser beiden Therapieoptionen vielleicht zu erwarten, dass wir einen besonders ausgeprägten Effekt auf Hb1c und auf Körpergewicht haben. Das Studienkollektiv, das das untersucht, ist die sogenannte Surpass-Studie. Surpass-Studien habe ich Ihnen hier mitgebracht. Keine Angst, geht da nicht im Detail drauf ein. Vielleicht eine Sache wichtig für uns. Die Surpass-CVT-Studie ist eine Studie, die dieses Twinkretin, das Tirzepatin, vergleicht mit dem Dullaglutid. Beide Medikamente aus der Lillewelt. Und die Frage hier wird sein, reduziert dieses Twinkretin, Tirzalatapid, tatsächlich die kardiovaskularen Endpunkte im Vergleich mit Dullaglutid, was ja ein GLP1-Rezeptor-Agonist ist. Was wir uns aber anschauen können, jetzt schon, und das ist eine Studie, die ist veröffentlicht worden, auch dieses Jahr im Juli im New England Journal of Medicine, ist die sogenannte Surpass-II-Studie. Was ist hier gemacht worden? Hier hat man sich die Frage gestellt, dieses innovative Therapiekonzept im Vergleich mit einem anderen GLP1-Rezeptor-Agonist, nämlich das Semaklutid, sehr schlau gemacht. Das ist ein Mitbewerber aus Mainz. Bezüglich Hb1c-Senkung und Gewichtssenkung. Die Patienten waren ungefähr 57 Jahre alt, 1900 Patienten wurden randomisiert behandelt. Und was gezeigt wurde, ist, ja, gegen Semaklutid 1 Milligramm, das ist jetzt wichtig, hat diese neue Therapie mit dem Tirzalatapid die Nase vorn bezüglich Hb1c-Senkung und bezüglich Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion ist mein Eindruck, aufgrund von vielen Vorträgen und Diskussionen mit dem Diabetes-Kolleginnen und Kollegen, ist für viele dieser Kolleginnen und Kollegen das Thema der Zukunft, Beeinflussung der Adipositals aus naheliegenden Gründen. Und deswegen suchen viele Medikamente, die wir hier einsetzen können. Und diese Tirzalatapid sehen Sie auf der rechten Seite. Veränderung des Körpergewichtes im Vergleich zum Semaklutid 1 Milligramm, minus 12 Kilogramm innerhalb von 40 Wochen. Das ist wirklich ein massiver Effekt und auch die Reduktion des Hb1c von 2,8 Prozent ist wirklich massiv und bemerkenswert. Das heißt, hier zeichnet sich ab eine Therapieoption für sehr dicke Menschen, die wir vielleicht bei dem einen oder anderen ansetzen können. Ich bin sehr vorsichtig und erkläre Ihnen gleich, warum ich vorsichtig bin. Wir haben hier in der Adipositas-Behandlung Daten aus der SOS-Studie, also Swedish Obesity Study Trial, wo gezeigt wurde, dass durch chirurgische Eingriffe das Gewicht deutlich reduziert wird und auch die Prognose verbessert wird. Diese Daten sind so mit Medikamenten bislang nicht nachgebaut worden. Also neues Therapiekonzept, Tirzalatapide gegen Semaklutid 1,0 Milligramm. Warum sage ich das so? Ich sage das deswegen, weil wir als Konsumenten dieser Daten wirklich aufpassen müssen und im Detail bleiben müssen, weil sonst werden wir am Nasenring durch die Manege geführt. Der Vergleich war hier 1,0 Milligramm. Nun wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass das Semaklutid, also das Vergleichsmedikament in dieser einen Studie, eingesetzt wird zur Behandlung von erhöhten Blutkukosewerten, hat eine kardiovaskuläre Endpunktstudie, die interessant war. Und jetzt war die Frage, können wir das nicht auch einsetzen in der Adipositas-Therapie? Und jetzt wird hier eine Studie, Step-One-Studie, auch dieses Jahr veröffentlicht, mit 2,4 Milligramm Semaklutid, also nicht 1,0, wie der Mitbewerber das gemacht hat, sondern 2,4, deutlich höhere. Und das Schöne an all diesen Medikamenten, Sie müssen es nur noch einmal in der Woche geben. Anders als das Liraklutid, was Sie täglich sprechen müssen, sind diese Medikamente nur einmal pro Woche zu spritzen. So, was sehen wir? Wir sehen eine massive Reduktion des Körpergewichts. Schauen Sie sich das mal an. Sie sehen, innerhalb von 68 Wochen die Reduktion vom Ausgangsgewicht 105 Kilo um 16 Prozent oder Placebo bereinigt um 14 Prozent. Das ist ja mal ein Wort. Beim 100-Kilo-Patient 16 Kilo nach unten durch eine wöchentliche Spritzentherapie. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich jetzt in den Köpfen der zuständigen Firmen hier Hochrechnung, wie viel Adipöse gibt es auf dieser Welt und wir behandeln die alle. Das sind ja Therapien, die man dann über 30 Jahre, 40 Jahre durchführen muss bei jüngeren adipösen Patienten. Also es hat einen enormen Impact, kann es haben, auf die Art und Weise, wie in diesem Bereich Therapien gemacht wird. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil natürlich Gewichtsreduktion ist toll, aber die Frage ist, bringt denn die Gewichtsreduktion neben der Verbesserung von Blutdruck und Hb1c-Werten auch eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse? Und das ist eine sehr schwierige Frage, wenn man jetzt die SOS-Daten aus Schweden weglässt, sondern sich anguckt, was gibt es eigentlich in diesem Bereich für Daten, dann kann man sich zu Hilfe nehmen, hier eine Meta-Analyse, die von Herrn Strelitz auf dem Europäischen Diabetologenkongress jetzt im Sommer vorgestellt wurde, der nämlich sich die Frage stellt, okay, wir gucken uns mal all diese Studien an, die es gibt, bezüglich Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse. Und damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Das ist das, was hier gemacht wurde, eine narrative Synthese und Meta-Analyse. Und nun schauen Sie sich das an. Ich würde mal als alter Hesse sagen, grutzi-wutzi, das geht durcheinander. Sie sehen also, die Reduktion des Körpergewichtes ist zum Teil größer 10 Prozent in dieser Analyse, mit einer signifikanten Reduktion assoziiert, die Verminderung um größer gleich 5 Prozent in dieser Analyse, eine Erhöhung der kardiovaskulären Sterblichkeit. Und so geht das wirklich tatsächlich durch diese verschiedenen Studien. Und letztlich kann man im Moment sagen, dass diese Daten uneinheitlich sind, wenn man freundlich ist. Und wir einfach warten müssen auf die großen Studien, die mit den neuen Medikamenten kommen, ob tatsächlich die Beeinflussung des Körpergewichts durch moderne Medikamente, wie zum Beispiel Twinkretine oder GLP-1-Rezepte-Agonisten einmal pro Woche, tatsächlich prognoseverbessernd sein werden. Wenn sie das sind, werden die einen großen Impact auf die Art und Weise haben, wie wir in den nächsten Jahren sehr dicke Menschen behandeln werden. Ich bin am Ende. Also ganz klar Favorit für mich im Moment, es gilt die 2-Inhibition, nicht nur in der systolischen Herzenssuffizienz, auch in der HEF-PEF mit Abstrichen. Aber insbesondere, und das wird die große Herausforderung der Zukunft sein, in der Behandlung von Patienten mit Niereninsuffizienz, mit Proteinurie. Der nicht-solidale MRA im Moment des Finarenon hat Potenzial, Nierenschutz ja, Herzenssuffizienzreduktion gezeigt worden, prognostisch kein Signal, was wir erkennen können. Die Twinkretine stehen vor der Tür, die werden, denke ich mal, Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres eingeführt, werden sicherlich ein deutlicher Baustein werden in der Therapie dieser Patienten. Ob das tatsächlich in Verbindung mit den GLP-1-Rezepte-Agonisten, dem Semaglothid, das habe ich gezeigt, tatsächlich Prognose beeinflussen werden günstig, müssen wir abwarten. Vielen Dank, freue mich auf Ihre Fragen.